Ich seh' dich nicht. Ah, ah, ja, ah. Hi. Hi. Er war aber wenigstens nicht so schlimm, weil ich halt dann einmal durchgeguckt hatte, dass er auch nicht erklärt hatte. Bei den älteren Dings. Nee, bei den Dings. Na gut. Dachtest du, ich bin dein Teammate? Der Dragon hat grad Saksa gekillt. Vor mir, ja. Warum soll ich denn wissen, dass du mein Teammate bist? Ich bin alleine, ich gehöre zu den Gänsen. Es war nur zu verlocken, mein Messer da rein zu rapieren. Warum? Er war AFK. Weiß ich nicht. Ich hab' kurz überlegt, aber... Na gut. Wärst du lecker geblieben, hätte Saksa überlebt. Also, an sich... Du bist doch so ein Bastard, ey. Achso. Du bist doch so ein Bastard, ey. AFK killen? Ich bin nur froh, dass... AFK killen ist die unterse Grenze. Ey, nein, nein, nein. AFK ist er nicht gewesen. Er hat seine Tasks gemacht. Schön am... Also, noch nicht gleich als erstes am Töten. Er war vorhin auch als erstes tot. Entschuldigung, ich bin mit ihm gespottet. Es war zu verlockend. Aber wollte er dich an dir, Raham, nehmen? Und du dich an ihm? Ja, jetzt schon Strichliste. Es war einfach nur zu verlocken. Aber wieso? What? Hä? Das wird geskippt? Weißt du, bei mir kann man sagen, ja, ich hab deine vorhin gehört, und dann werd ich rausgeschmissen. Bei ihm halt getötet. Oh, kein Problem. Mach' ich, mach' ich, mach' ich. Was? Ja, aber auf dem Mittelalter-Spektakel haben sie immer auch gesagt, Jubel... Das wär sowas für Dani gewesen. Der kann so gut umgehen. Ja. Alter. Vorhin, da war schon einer in der Ritterrüstung. Der war schon halb bis auf dem Weg. Pfff. Ich wollt' doch bloß Eis essen. Oh, was ist denn hier wieder von dir? Ähm, es sieht nach nem Sheriff-Kill aus. Und ich wollte bloß Eis essen. Ich versuch's immer noch, aber dafür muss ich erst mal aufkriegen. Ja, ich könnte's bezeugen. Alter! Ich hab' eine Sekunde nicht auf den Bildschirm geguckt! Und da sind zwei Leute dort! Ja. Drang ist weg, das hat er mir erzählt. Irgendwann Torn, äh, Dings und hat ihn umgebracht. Und ja. Pfff. Warum? Ja, trotzdem war'n Drang Drecksack. Ja. Drang hat nur frei. Drei Leute getötet. Also, ich hab' ich will dazu sagen, ich hab' mir bloß Eis geholt. Drang mit der Bombe töten ist okay, aber es ist random. Ich war's nicht. Das ist nicht Kokki. Nein. Nein. Nein, Leni, wo ist das? Kommt hier gleich die Standpauke von Xaxa. Ich barf nicht. Außer Leni hat ihr Eis verteidigt. Ich war's nicht. Genau, ich hab bloß mein Eis verteidigt. Vorne hat Drang gekillt und Leni hat nochmal in Thorn reingestochen. Genau, das war's. Okay. Mhm. Hätt's ja sein können, das ist geballt. Ich bin grad weggelaufen. Aber das ist auch geballt. Ey, ich war, ich fand das eben gerade ein bisschen perplex, ich war ein bisschen perplex, dass da so zwei Leicht liegen auf einmal. Ich wollt bloß kein Wasser holen, ich wollt Eis essen. Ich kann mein Schwarzbruch sein Eis essen. Ich kann mein Schwarzbruch sein Eis essen. Ich hab's ja noch den Ninja, der kann auch zwei Freunde ziehen. Du musst so drauf passen. Hör'n jetzt wieder einmal. Hör'n jetzt wieder einmal. So, wenn jetzt hier der Ninja ist. Hör'n jetzt wieder einmal. Hör'n jetzt öff'n. Hör'n dann, da waren die Ninja! Ich steh' hier mit meinem besten Freund und wir haben hier zwei Leichen gefunden. Beiein Leichen sind Keksi und Mango den ich für ihn gespawnt bin. Ne, also doch nur. Und dann sind die auf einmal zu zweit umgefallen. Ich wohne dran erinnert, dass es noch den Ninja gibt. Bitte was legen? Ich wohne dran erinnert, dass es noch den Ninja gibt. Dann wissen wir ja ich was nicht weil ich stehe eindeutig hinter euch. Du bist nicht der Nini? Das ist jetzt einfach so ein Ratsch, ein, zwei oder drei, wer war's? Der mit den zwei A's. Nee der mit den zwei A's. Toll, entweder ich oder Amarillo, das ist ein brech von dir. Ja? Ja? Wieso das? Nimm dich einfach raus, was soll das, Zahn? Wieso, wieso du hast doch, äh? Nee, Zahn kann's auch noch sein. Zahn 24, der ist doch ein A drin. Ich hab aber auch gesagt mit zwei A's. Ja und du hast zwei A's. Weißt du, aus dem letzten Nummer hab ich gelernt, du bist immer Daniel. Okay. Was? Wieso bekommt Daniel zwei Votes? Treppen! Weil ich gelernt hab, er ist immer der Killer. Oh! Hä? Ich hab nichts getan. Ja. Doch. Nein! Hier haben wir gelohnt. Komm jetzt. Ja. Es ist jetzt ein Tier. Wie kann der Gästen jetzt? Also, ich find das gerade richtig frech. Wer hat gesagt, dass ich der Böse bin? Ich bin lieb. Ich bin immer lieb. Es gibt keine Lieberin als mich. Ja. Ich war zweimal ganz und wurde zweimal als ganz gefressen. Gut, ich bin jetzt keine ganz, aber das ist ja egal. Ich bin lieb. Daniel, mach nicht, mach nicht ein auf, äh, Republic of Jungle. Was? Ich bin ganz lieb, ich schwör, ich bin ganz lieb. Wir sind ganz gut. Ich bin immer lieb. Ich hab in der ersten Runde gut gewartet. Hallo. Ich hab nichts gewartet. Ja gut, ich hab in der ersten Runde gut gewartet. Ich war, okay, ich war gegen Granny, aber... Finde ich nicht okay. Was? Ist nicht okay? Das hat unser Gespräch belauscht. Hab ihr unser Gespräch belauscht? Wenn ich das Brunnen... Was kann ich dafür? LeChan hat das Gespräch zwischen mir und Ali beelauscht. Finde ich nicht okay. Ähhhhh. Von Fauna hätte ich nicht so. Ja, die haben beide gesagt. Das ist Daniel und aber gelostet. Das ist... Das kann nicht sein, weil ein Killer schon tot ist. Und der wurde von Dragon getötet. Echt? Was war das? Ich bin alleine. Ich bin erst wiedergekommen. Ich bin alleine. Und ich fand's auch wirklich gut. Ach, du bist alleine? Ja, zu schaden, dass du dein Mädchen getötet hast. Und ich so... Ähm, ich... Halt's an. Ja. Wollt du mich davor? Warum wolltest du dich davor? Nee. Wo ist Amarillo? Den müssen wir jetzt finden. Okay. Ich hätte auch eher gedrückt. Täter, brenn ich's da drinnen. Ja. Du bist No-Wort und das haben wir geluken. Nicht zu nahe aneinander. Also, der macht Spam. Ist der you? Ist der los? Ah, mein. Ja! Von Megan! 5 Sekunden! Cuts mich mal! Ah! 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 Mann, ich wollte auch mal geluken und dann kommt jemand andern. Das war ein Reflex. Zahn, wie du musst... Der wollte mich gleich nicht! Der wollte mich gleich nicht! Könnt ihr einfach nicht voten? Nee, geht nicht. Nein, es ist Krilo. Ich vote hier. Ja, Krilo. Der hat versucht mich zu töten. Ich vote, Daniel. Du hast mein Vote. Zahn, kannst du mir den Gefallen auch tun? Nein! Was zahlst du denn? Nein! Ich hab kein Geld. Er zahlt 5 Abos. Er zahlt kein Geld. Er zahlt kein Geld. Lippi, kannst du mir den Dodo-Besieg geben? Sie könnt ja das nicht. Lippi, Frauenpower, weißt du? Ah, dann komm, du bitte. Wir brauchen das! Wir sind nur noch zu zweit! Lini ist... Lini ist ein Acht zu mir gewesen. Sie hat mich nicht reportet und hat auf mich rumgetan. Du schießt auf, Kar. Ich kenne mich auch voll süß. Nee, aber die Runden davor, da bin ich einfach über seine Leiche drüber gelaufen. Das ist nicht so lustig. Wir haben es geschafft, Daniel! Jawoll! Schlag rein! Ja, das ist ein Sieg! Wie hab ich es eben so weit geschafft? Ich hab einfach am Ende... Ja, ich hab doch gefragt, ob ich irgendwie... Ich wollte dich killen zum Schluss. Boah. Du kam halt auch nicht. Gleich und Dragon hat mal...